Jesus, wir stehen unter diesem ganz starken Eindruck, dass du hier bist. Dass wir so einen Spalt von Ewigkeit sehen können. Dass uns klar wird, wie sehr wir lernen müssen über die Dinge unseres Lebens. Uns selber Rechenschaft abzugeben, um zu sagen, was war wirklich wichtig und was war nicht wichtig. Und dieses Bewusstsein, unser Leben für dich und mit dir zu leben, wird uns anhand dieser Erlebnisse ganz deutlich. Wir spüren plötzlich diesen Hauch des Übernatürlichen, das uns klar werden lässt, dass wir unser Leben nicht nur auf dieser zeitlich begrenzten Schiene angucken müssen, sondern dass es eine ganz andere Dimension gibt. Und Vater, heute Morgen bete ich dafür, dass wir auch diesen Punkt eher aus dieser übernatürlichen Perspektive lernen zu sehen. Weil auch das ist ein Geschenk, das du uns gibst, womit wir gut und verantwortlich umgehen lernen sollen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst in unsere Ohren, aufmachst, dass wir in unserem Herzen wirklich hören können, was du uns sagen möchtest. Amen. 13 gute Gründe für eine Ehe. Ich hörte die Geschichte eines 83-jährigen Junggesellen, der heiraten wollte. Die Neffen sind Sturm gelaufen und sind zum Onkel hin und haben gesagt, Onkel, hast du dir das gut überlegt? 83 Jahre lebst du nun schon mit dir alleine und es war gar nicht so schlecht. Wieso willst du heiraten? Sieht sie denn so gut aus? Nein, sagt er, das ist nicht der Grund. Ja, ist sie denn wenigstens reich? Nee, sagt er, ist auch nicht der Grund. Ah, die kann bestimmt gut kochen. Nee. Die Jungs waren irritiert. Ja, Onkel, wieso willst du sie denn heiraten? Und jetzt müsst ihr die Antwort hören. Nach einer Weile antwortete der alte Mann, ich heirate sie, weil sie bei Nacht noch Auto fahren darf. Also was immer der Grund ist, warum du geheiratet hast. Es gibt sicher wichtigere Gründe, könnte ich mir vorstellen, aber für ihn war das schon elementar ganz offensichtlich. Wenn wir aus der Bibel darüber nachdenken, wie hat sich Gott das eigentlich gedacht, dann glaube ich, dass er eines der faszinierendsten Dinge ist, die wir als Menschen überhaupt erleben können. Und wer ein bisschen ohne so eine fromme Geschichte mal in die Anfangsberichte der Menschheitsgeschichte einsteigt, sich mal 1. Mose, 2. Kapitel anschaut und die Reaktion von Adam versucht, ein bisschen nachzuempfinden, als er Eva zum ersten Mal sieht, der spürt was von dieser Faszination. Luther hat das so nett ausgedrückt, er sagt, oh wow, Bein von meinem Bein. Also ich weiß nicht genau, ob er nur aufs Bein geguckt hat, aber nehmen wir das mal an. Fleisch von meinem Fleisch. Was ihm plötzlich klar wird, ist, dieses Wesen da vor mir ist ganz anders wie all die anderen unglaublichen Geschöpfe, die es auch in diesem Paradiesgarten gab. Aber hier spürte er eine innere Verbundenheit. Die Bibel sagt, dass der Mann Vater und Mutter verlassen wird und dann sagt Luther das in diesem schönen alten Deutsch, um seiner Frau anzuhangen, was auch immer das bedeutet. Leute, die hebräisch können wissen, dass das wörtlich heißt, die werden aneinander kleben. Eine Einheit, wo nichts anderes mehr dazwischen passt. Und ich mag dieses Bild. Aneinander kleben, das bedeutet, da ist eine Innigkeit, da ist eine Herzlichkeit, da ist eine Verbundenheit entstanden, die nicht von irgendwas Äußerem getrennt werden kann. Das ist, was Gott sich eigentlich gedacht hat mit er. Dieses enorme Wunder, wenn zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Herkunftsgeschichten, wenn diese zwei Menschen plötzlich eine Einheit bilden, das ist ein echtes Wunder. Und was, wer den Bibeltext weiterliest, der findet noch ein nettes Detail, das mich immer fasziniert hat. Da heißt es, und sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Das geht weit über körperliche Nacktheit hinaus, sondern was eigentlich damit versucht wird zu erklären ist, die konnten bis in die Tiefe ihrer Seele gucken und sie mussten sich nicht voreinander verstecken. Und ich habe an mein eigenes Leben gedacht und gedacht, hey, wie oft ziehe ich eine Maske auf, wie oft lasse ich eine Jalousie vor den Fenstern meiner Seele einfach runter, damit ja niemand reinguckt, damit mich auch keiner verletzen kann, weil er nicht weiß, wo wirklich mein schwacher Punkt ist. Und deshalb genieße ich diesen Text, wo es heißt, sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Sie konnten voreinander wirklich ehrlich sein, bis auf die Tiefe ihrer Seele sich nicht verstecken müssen, keine Schutzbereiche aufbauen, nicht so tun, als ob alles klasse ist und dahinter gammelt es vor sich hin. Ihr kennt das, alle Leute, die schon mal irgendwie Äpfel aufgesammelt haben. Und der Korb sieht nach außen hin klasse aus, stimmt's? Und dann hebst du mal einen von diesen Äpfeln hoch und was siehst du? Genau, der ist schon verfault. Der hat irgendwann einen Schlag abbekommen und innerlich wurde die Sache faul und dann braucht es eine Weile, bis dieser Fäulnisprozess bis nach außen sichtbar vordringt. Und das kennen wir ja auch, oder? Nach außen sehen Beziehungen manchmal richtig nett aus. Wir haben gelernt, wie man schauspielern muss und wie man so tun muss, als wenn nach außen hin wenigstens alles einigermaßen im Lot zu sein scheint. Die hatten das nicht nötig und ich habe mich gefragt, was für eine Faszination muss diese Beziehung ausgemacht haben, dass man aufhören konnte mit gegenseitigem Versteckspiel, dass man aufhören konnte, irgendwelche Schutzräume sich in der Ehe halten zu müssen, damit man ja nicht angreifbar wird. Aber ihr, wie ich auch, habt sicher schon weitergelesen und nicht nur beim zweiten Kapitel seid ihr stehen geblieben, sondern ihr habt festgestellt, es gibt auch ein drittes Kapitel, stimmt's? Und in diesem dritten Kapitel kommt die eigentliche Katastrophe. In der theologischen Fachliteratur hat man das immer als den sogenannten Sündenfall beschrieben. Der Mensch zerbricht die Beziehung zu Gott und das Fatale kam erst danach. Mit der zerbrochenen Gottesbeziehung ging auch die Beziehung zueinander kaputt. Es gab keinen heilenden Mittler mehr, der das austarieren konnte. Und so schlugen der Egoismus und die Selbstsucht des Menschen aufeinander ein und das hat in der Regel zu zerbrochenen Beziehungen geführt. Und alles, was dann in der Bibel, nachdem diese Herzensbeziehung zu Gott und zueinander zerbrochen war, alles, was danach kommt, ist eigentlich immer nur der Versuch Gottes, diese Beziehung wiederherzustellen. Und wer ein bisschen länger als sechs Wochen miteinander verheiratet ist, der stellt fest, ich bin auch jemand, an dem dieser Sündenfall nicht spurlos vorbeigegangen ist. Ich kenne auch diese Züge in mir, wo dieses fast wie so ein Gespenst, wie so ein Geist, diese selbstsüchtige Ader in mir hochkommt. Diese egoistische, diese fordernde, die den anderen fast zerstörende Haltung, die sagt, ich will aber zuerst mein Recht. Diese Anwandlung, die wir alle irgendwann erleben an uns selber, wo wir sagen, wir beteuern, dass wir uns lieben, wir beteuern, dass wir das Beste füreinander wollen. Und trotzdem erleben wir Gedankengänge, die sich dann zu Lebenshaltungen entwickeln können, wo später so Sprüche kommen wie, weißt du, ich wollte ja eigentlich dich nicht anschreien, ich wollte dich nicht betrügen, ich wollte dich nicht schlagen, ich wollte nicht, aber das kam irgendwie über mich. Du musst dich jetzt gar nicht melden, wenn du merkst, ey, der dritte, der redet über mich. Weil ehrlicherweise kennst du das von dir und ich kenne das auch von mir. Und frag mal deinen Ehepartner, der kann wahrscheinlich noch ganz andere Geschichten erzählen. Ja, da ist was in uns kaputt gegangen. Ja, da fehlt uns ganz offensichtlich genug Kraft, die wir von Gott holen müssen, um diesen kaputten Bereich wieder heil zu bekommen. Und auch ja, deswegen sitzt du nämlich hier heute Morgen, damit du hörst, wie es rausgeht, stimmt's? Das ist der Sinn. Und Gott liebt es. Und deswegen habe ich einen Text gefunden in der Bibel aus dem Römerbrief im 13. Kapitel. Die Verse 8 bis 10. Hör sie dir einfach mal an. Wort Gottes für dich heute Morgen. Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander für immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz Gottes erfüllt. Denn die Gebote, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Alle diese Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Folglich ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes Gottes. Zu dieser Art von Liebe vorzudringen, die tatsächlich beginnt, alle Bereiche unseres Lebens zu heilen, sie wieder herzustellen und uns liebesfähig zu machen, das ist das Anliegen Gottes. Und ich habe in der Vorbereitung über meine eigene Ehe nachgedacht. Und mir wurden 13 Bausteine wichtig, von denen ich glaube, dass wir sie für eine gute Ehe, für ein gutes Ehefundament nützen können. Und der erste Baustein bedeutet, habt denselben Traum. Ich erschrecke mich immer, wenn Leute, die miteinander verheiratet sind, kein gemeinsames Ziel und keinen gemeinsamen Traum haben. Leute, das kann nicht gut gehen. Wenn du kein Ziel hast, wofür leben wir beide eigentlich als Ehepaar? Was ist unsere Berufung? Was ist unser Traum? Was sollen wir miteinander bewegen? Dann wirst du immer nur im Kreis rumeiern, weil du eigentlich nicht weißt, wozu du da bist. Und das ist fatal. Das machst du nicht lange. Deswegen war das für mich die vielleicht einschneidendste Geschichte überhaupt, mir darüber klar zu werden, was ist mein Traum? Was ist die Begabung und was ist der Auftrag, den Gott mir geschenkt hat für dieses Leben? Weil wenn Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe, dann hat er für uns einen Plan. Und als ich den entdecken konnte, dann bin ich auf die Suche gegangen und habe genau gewusst, was brauche ich jetzt? Ich brauche eine Frau, die mit mir zusammen bereit ist, diesen Traum zu träumen. Und das war wahrscheinlich der elektrisierendste Moment meines Lebens, als ich diese Dame plötzlich getroffen habe und plötzlich feststellte, dass meine 23 Punkte, die hinten in meiner Bibel eingeklebt waren, weil die brauchte ich, damit dieser Traum funktioniert. Als ich merkte, den kann ich abhaken und dieser schwierige Moment da war zu sagen, weißt du, du bist die Frau der 23 Punkte, ja, das kannst du nicht bringen, ja. Da bist du sowas von out, da musst du dir irgendwas Schlaues überlegen. Und glücklicherweise hatte ich einen lieben Freund, der mir ein bisschen aus der Klemme half, hey, wenn du den Menschen findest, der sagt, ich träume mit dir deinen Traum. Für uns, für mich war der Bereich klar, wenn ich, ich wollte Gott dienen und ich wollte Menschen dienen und ich wusste genau, das hat wenig mit Geld verdienen und mit Karriere zu tun. Und jetzt musst du mal eine Frau finden, die diesen Traum mit dir träumt und sagt, okay, ist nicht so wichtig, Geld ist nicht so entscheidend. Ja, dickes Auto, großes Haus, haben wir nie. Liebes, wir werden immer umziehen. Halleluja. Ja, hey, mach keinen Mist. Doch, bei uns wird das so laufen. Ob wir Geld haben, weiß ich auch nicht genau, weil wenn Gott irgendwie zu mir redet, ich soll irgendwo hingehen, dann gehe ich einfach. Und dann musst du eine Frau finden, die sagt, ja, Schatz, das ist mein Leben. Ja, ich kann dir sagen, da musst du eine Weile suchen. Aber wenn du so eine Dame gefunden hast, die deinen Traum mit dir träumt, dann weißt du, da steckt was Göttliches drin. Deshalb meine Frage an dich, die du verheiratet bist, was ist euer gemeinsamer Traum, den ihr beide träumt und an dem ihr mit aller Kraft zusammenarbeitet. Gammel nicht einfach den ganzen Tag im Kreis. Das macht keinen Spaß und das bringt dich auch nicht vorwärts. Man kann über die Familie Clinton sagen, was man will. Aber diese beiden hatten was verstanden. Sowohl die Frau, den Traum ihres Mannes zu leben und umgekehrt, der Mann zu sagen, ich setze mich ein für den Traum meiner Frau. Und deswegen sind die so unglaublich erfolgreich geworden. Man sagt nicht umsonst, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine erfolgreiche Schwiegermutter. Nein, eine erfolgreiche Frau, natürlich. Da ist was Wahres dran, Leute. Wenn wir nicht miteinander ziehen, werden wir am Ende gegeneinander ziehen und das wird uns nicht vorwärts bringen. Der zweite Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, Gott hat dir diesen Partner gegeben, weil du durch diesen Menschen etwas lernen wirst, was du durch niemanden sonst lernen kannst. Auch eine spannende Erkenntnis. Aber das habe ich verstanden. Weil Gott weiß, dass wir auf Ergänzung angelegt sind, gibt er uns einen Partner oder eine Partnerin. Das musst du verstehen. Gott hat jemanden, der genau das ergänzt, was du eigentlich brauchst. Ich vergesse es nie, am Anfang meines Pastorendaseins, wenn wir irgendwo saßen, an irgendeinem Tisch, wir hatten irgendein Gespräch, meistens war es so, dass ich geredet habe und die anderen haben zugehört. Ich befürchte, dass sich das noch nicht so richtig geändert hat im Laufe der Jahre. Dann saß meine Frau immer neben mir und sagte irgendwann, Schatz, hast du gesehen? Der hatte ein Problem. Der hatte ein Problem. Hä? Der hat doch gar nichts gesagt. Ja, das sieht man doch. Ja, ich nicht. Hast du das nicht ganz tief empfunden? Ich hatte Hunger. Ich habe nichts gefunden und empfunden schon zweimal nicht. Und ich sage dir, es ist ein Riesensegen, wenn du eine Frau hast, die noch was empfindet. Ich finde, das ist so ziemlich das blödeste Argument, das es gibt, oder? Wenn ich sie frage, Schatz, woran liegt's? Ja, weiß ich auch nicht, aber ich empfinde da was. Ja, was auch immer. Kennt ihr das, ihr Männer? Wisst ihr, was das Fatale ist? Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. Und ihre Empfindung war besser als meine Logik. Und irgendwann habe ich versucht, das richtig hinzubringen. Und wenn es irgendwelche Personalkisten gab, habe ich immer gesagt, Schatz, wie empfindest du denn jetzt gerade darüber? Das ist wirklich schlau. Du lernst eine Menge. Gott wusste, warum er dir die Person gegeben hat, die an deiner Seite steht. Weil sie in der Regel die nötige Ergänzung ist. Wie hat jemand zu mir gesagt, weißt du, ich verstehe den Paulus, der hat immer von seinem Pfahl im Fleisch geredet. Ich weiß, was das bedeutet. Hey, dann hast du es nicht verstanden. Weil Gott hat dich auf Ergänzung angelegt. Und ganz offensichtlich solltest du lernen, diesen positiven Punkt rauszuziehen und es nicht immer nur als einen Kampfpunkt zu behandeln. Das Dritte, was wir erlernen unbedingt ist, wir kommen aus so unterschiedlichen Ecken, dass wir das Einanderverstehen wirklich lernen müssen. Du kommst aus einer anderen Herkunftsfamilie als dein Ehepartner. Die haben zu Hause Umgangsformen miteinander gelebt, die dir total fremd sein können. Vielleicht haben die sogar Redewendungen, Arten und Weisen des Verhaltens, wo es dich innerlich schüttelt. Und wann kommen diese Unterschiedlichkeiten raus? Du hast recht, wenn man miteinander verheiratet ist. Dann melden sich plötzlich diese unterschiedlichen Muster. Aus meiner Herkunftsfamilie kannte ich so diese alte Technik. Wer brüllt und das lange genug macht, kriegt am Ende recht. Das ist keine gute Technik. Bei meiner Frau hatten die eine andere Technik drauf. Die hieß, wer sich lange genug krank stellt, kriegt am meisten Aufmerksamkeit. Auch keine besonders gute Geschichte. Von meiner Mama hatte ich eine bis in die Steinzeit hinein reichende Weisheit gelernt. Die hieß, um des Friedens willen, Junge, halt die Klappe. Das ist genau so eine dämliche Lebensweisheit. Und so kannst du die Dinge mal durchgehen, die du irgendwo ganz tief in deiner Seele verankert hast. Oder auch so eine Geschichte, wenn mich irgendwas verletzt, dann schweige ich halt vor mich hin, bis ich alle totgeschwiegen habe. Ja, bis die Zunge verfault im Mund. Damit hast du auch null Lösung geschickt. Oder andere, die rennen immer weg. Das ist der Grund, warum es Marathonläufer gibt. Nein, Rainer, ich liebe dich. Es ist bei dir nicht so. Aber Leute, ehrlich, wie oft passiert dieser Punkt, dass Leute dieses Muster drauf haben? Ich renne einfach immer vor dem Problem weg. Damit hast du nichts gelöst. Und wir stellen fest, das kommt in der Ehe raus. Und was du brauchst, ist diese Bereitschaft, diesen Baustein ganz, ganz, ganz dringend zu lernen. Nämlich zu sagen, warum reagiert der andere, wie er reagiert? Was muss ich ganz offensichtlich lernen, an Verständnis zu entwickeln? Ja, weil manchmal sind das Dinge, die hast du 20 und 30 und 40 Jahre wirklich intravenös eingeflößt bekommen. Du kannst gar nicht anders. Und da muss man miteinander und mit Gottes Hilfe anfangen, wirklich dran zu arbeiten. Mir hat das gefallen. Ein langjähriger Pastor Gordon MacDonald schreibt Folgendes. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet. Also habe ich meine Frau gefragt, Gail, wie hast du unsere Ehe empfunden? Und jetzt kommt die Antwort der Frau. Frag die Frauen, wie die Ehe läuft. Dann sagt sie, 49 Jahre davon waren ziemlich glücklich. Wie? Wir sind doch 50 verheiratet. Wieso nur 49? Jetzt kommt die Antwort der Frau. Sie sagt, denn es bleibt immer eine Herausforderung, mit einem Sünder zusammenzuleben. Ja, coole Antwort. Stell dich vor einen Spiegel und du kannst diesen Satz nachbeten. Stimmt's? Es bleibt immer eine Herausforderung. Und dann entdeckst du, dass ihr unterschiedlich getaktet seid, auch von eurem Temperament. Das ist doch auch klasse, oder? Also soll ich dir sagen, wann ich wirklich Gnade Gottes brauche? Wenn ich mit meiner Frau zusammen Ikea-Schränke aufbauen muss. Wirklich, da brauche ich innere und äußere Bewahrung. Meine Frau ist ein unglaubliches Naturtalent. Das habe ich an ihr immer bewundert. Sie packt einfach irgendwas an. Sie überlegt nicht, ob genug Schrauben da sind oder ob es eine Anleitung gibt. Das ist ihr ganz egal. Ja, und wenn man den Schrank falsch zusammengebaut hat, ist das nicht schlimm. Schraubt man ihn wieder auseinander und baut ihn wieder hin. Und so nach dem siebten Mal irgendwann steht schon die Sache, wie sie sein muss. Und wenn gar nichts hilft, rufen wir Aaron an. Ich sage dir, bei dieser Vorgehensweise rollen sich mir die Fingernägel hoch. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich muss erst mal das Handbuch gelesen haben. Dann muss ich mir genau zurechtgelegt haben, wie viel ich von jeder Sache brauche. Und das muss dann in Ordnung vor mir liegen. Dann muss das richtige Werkzeug da sein. Dann muss die Menge stimmen. Und wenn das dann alles da ist, hat meine Frau schon zwei Schränke gebaut. Aber... Hey, kennst du das? Wir sind einfach völlig unterschiedlich von der Art. Ist das so? Also wenn Familie Brandner in den Urlaub fährt, ja, da kannst du immer denken, wir sind auf der Flucht, du, irgendwer kommt gerade. Und ich bin ein Ranger. Wisst ihr, was ein Ranger gelernt hat? Mit so wenig wie möglich. So lange wie möglich, ja. Das bedeutet, wenn ich meine Liste mit Zeug gemacht habe, dann bin ich schon am Abend fertig. Wenn wir morgens unser Auto einladen, dann sitze ich innerlich schon unter Kohlen. Ich habe den zweiten Gang innerlich schon eingelegt. Ich bin schon unterwegs. Und dann kommt meine Frau und sagt, Schatzi, bevor wir jetzt losfahren, pass auf, ich glaube, da müssen wir noch hin und dem müssen wir noch Bescheid sagen. Und das ist auch noch nicht richtig gepackt. Und wahrscheinlich müssen wir da auch... Mein Adrenalinspiegel, der hängt schon unter der Decke. Weil wenn ich den Urlaub fahre, dann fahre ich los und fertig. Den Rest haben wir vorher geregelt oder nicht? Und plötzlich merkst du, was das für ein enormer Segen ist, dass der andere so schön anders ist, als man selber. Stimmt's? Halleluja! Und die Einzigartigkeit beim Anderen ist so gewaltig. Die Kauzigkeit auch. Und irgendwie macht das den Reiz aus. Ihr lieben Freunde, wenn ihr das als Herausforderung seht, habt ihr verloren. Wenn ihr das als Reiz seht, habt ihr eine Chance. Miteinander reden lernen ist auch so eine Geschichte. Wichtiger Punkt, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Am Anfang? Da kann man gar nicht lange genug zusammensitzen und miteinander zu reden. Aber das verfliegt im Laufe der Jahre. Du musst mal ein Experiment machen. Habe ich gemacht, ja? Jedes Mal finde ich das nett. Setz dich in irgendein Restaurant und schau dir die Paare an, die so zu zweit am Tisch sitzen. Du weißt sofort, wer lang verheiratet ist und wer nicht. Die frisch Verheirateten oder Verliebten, die sitzen wie am Tisch. So. Wack, 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 wack. Ja, in einer Tour. Weißt du, woran du die erkennst, die lange verheiratet sind? Er guckt zur Seite, die redet auch nichts und du weißt, oh ja, mindestens schon zehn Jahre hinter sich. Hey, was ist passiert? Wir haben verlernt, gemeinsame Projekte zu entwickeln. Wir haben verlernt, miteinander gemeinsame Ideen und Interessen zu entwickeln. Wann hast du das letzte Mal ein wirklich spannendes Buch gelesen und hast versucht, mit deiner Frau darüber zu reden? Wann habt ihr, sehr gut, wenn ihr dabei seid, ja, wann habt ihr es gelernt, miteinander dem anderen am eigenen Leben Anteil zu geben? Irgendwann, wenn die Kinder raus sind, haben manche Familien nichts mehr miteinander zu reden. Dann kannst du hoffen, dass du in einer guten Gemeinde bist, wo genug Stoff zum Reden übereinander da ist. Nein, das ist bei uns nicht so. Höchstens manchmal. Mir hat das so gut gefallen. Ein Pastor hatte auch eine Eheserie in der Gemeinde gepredigt. Und nachdem er die letzten Gottesdienste über dieses Thema gehalten hatte, war ihm eine gute Idee gekommen. Und er sagte, Leute, alle, die verheiratet sind, kommen nachher vorne an meinem Podium vorbei und ich schenke jedem Ehepaar ein kleines Kreuz. Dieses kleine Kreuz hat symbolischen Charakter. Das sollt ihr nehmen. Und in dem Raum, wo ihr euch am meisten streitet, da hängt ihr das Kreuz demonstrativ über die Tür. Sodass ihr jedes Mal, wenn ihr auf das Kreuz guckt, euch erinnert, oh, ja, richtig, wir sollen ja miteinander freundlich und in Liebe reden. Und die Leute kamen vorbei und der Pastor stand da und gab immer jedem Ehepaar ein Kreuz. Und dann kommt ein älteres Ehepaar, dann schaut ihn die Frau an und sagt, fünf Kreuze. Die war realistisch, die Dame, stimmt's? Sie kannte sich und ihren Mann auch. Ich glaube, was wir wirklich lernen können, sechster Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, auf der einen Seite Sensibilität für den Partner zu entwickeln und auf der anderen Seite Transparenz zu leben. Was meine ich damit? Meine Frau hat mir einen schlauen Vers beigebracht. Der heißt folgendermaßen, um sensibel für den anderen zu werden, muss man schlaue Fragen stellen. Eine dieser Fragen heißt, was macht diese Situation gerade mit dir? Als sie diesen Satz zum ersten Mal gesagt hat, sage ich euch nicht, was ich geantwortet habe. Mann, oh Mann, dieses Psychologengeschwätz. Aber recht hat sie trotzdem. Manchmal hilft es sehr, darüber nachzudenken, wie empfindet das denn der andere? Wir haben uns so daran gewöhnt, die Welt aus unserer Perspektive und Sicht zu sehen, sodass es uns wirklich schwerfällt, uns, man nennt das Empathie, in den anderen Reihen zu empfinden. Aber hier liegt die Riesenlösung, um Sensibilität füreinander zu entwickeln. Und auf der anderen Seite auch die nötige Offenheit, wirklich drüber zu reden. Und ich glaube, da tun sich Männer noch schwerer, weil wir lieben es nicht so sehr, unsere empfindliche Seite zu präsentieren. Mir hat es geholfen. Drei Männer sitzen in der Kneipe und sie reden darüber, wie sie ihre Frauen besser unter Kontrolle kriegen. Sensibilität und Transparenz, ja. Und die ersten zwei sind stark miteinander im Gespräch, der dritte zieht sich mehr und mehr zurück. Das fällt dem ersten auf. Also geht er hin und sagt, hör mal, Kollege, was ist los? Wie kriegst du das bei dir so zu Hause hin? Dann sagt der dritte, wisst ihr, Jungs, ich wollte darüber ja nicht reden. Aber wenn ihr mich so fragt, also gestern ist meine Frau auf Händen und Knien angekrochen gekommen. Was? Sagt der erste. Gewaltig. Und wie ging es weiter? Dann hat sie gesagt, komm sofort unterm Bett raus, du Feigling, und kämpf wie ein Mann. Sensibilität und Transparenz ist manchmal so eine Sache. Man soll es auch nicht übertreiben, aber für mich ein wirklich wichtiger Punkt, merke ich, ist Wertschätzung und Dankbarkeit. Je länger du miteinander verheiratet bist, desto mehr machst du den Fehler, dass du die Dinge als normal empfindest. das gehört sich halt so. Da muss ich doch nicht mehr Danke sagen, oder? Das erwarte ich, dass du dich so benimmst. Das steht mir auch zu, weil ich bin ja schließlich der Verdiener im Haus. Oder was es da alles für Dummheitsverse gibt. Du wirst ganz einsam, wenn du nicht lernst, Danke zu sagen. Weil Danke sagen hat was mit Wert und mit Respekt zu tun. Und Menschen, die sich respektiert und wertvoll empfinden, die haben gerne mit dir Gemeinschaft. Menschen, die das Gefühl bekommen, du nutzt sie aus, die haben nicht so gerne mit dir Gemeinschaft. So du kannst über das Maß deiner Freunde bestimmen, in dem du lernst, Danke zu sagen. In Reader's Digest gab es eine unglaubliche Geschichte über einen jungen Mann. Sein Name war Thomas Imhoff. Eigentlich war er ganz unscheinbar und in seiner Firma war er als Sachbearbeiter für seine korrekte Arbeit bekannt. Aber ansonsten fiel er nicht groß auf. Thomas lief durch seine Firma und eines Tages sah er in einer anderen Abteilung eine unglaublich tolle junge Dame. Aber weil er viel zu schüchtern war, wusste er nicht, wie er die ansprechen soll. Und so kam er auf den glorreichen Gedanken, ging zu einem Blumenladen und orderte da eine rote Rose. Und der Blumenverkäufer stellte diese rote Rose bei dieser netten Dame zu. Und das ging über mehrere Tage, aber Thomas, weil er so Angst hatte, hatte kein Kärtchen drauf. So ging das Mädel irgendwann zu diesem Blumenladen, um rauszukriegen, von wem sie dann da die Rosen bekam. Und er gab ihr den Namen preis. So ging sie in die entsprechende Abteilung, stellte Thomas zur Rede und sagte, hör mal, was ist los? Wieso schickst du mir Rosen? Und dann kam er natürlich in Zuchtzwang und musste bekennen, eigentlich wollte ich eine Verabredung. So wie sie verabredeten sich und die Geschichte wird kurz erheiratet sie am Ende. Während der gesamten Phase bekam sie jeden Tag eine rote Rose. Als sie jetzt verheiratet waren, dachte die gute Frau, Maria mit Namen, jetzt hört das mit den Rosen auf. Und sie kriegte wieder eine rote Rose. Jeden Tag, die gesamte Ehe hindurch. Bis der Mann starb mit 74. Und am nächsten Tag kam wieder die rote Rose. Und sie dachte, ey, das ist der Blumenladen, hat da irgendwas falsch gemacht. Ja, da, jetzt müssen wir das Ding mal stornieren. Sie geht also hin und sagt, ich wollte Ihnen Bescheid sagen, mein Mann ist gestorben, Sie können das aufhören. Dann schaut sie der Inhaber an und sagt, nein, kann ich nicht. Ihr Mann hat, bevor er gestorben ist, mit uns einen Vertrag, dass bis zum letzten Tag ihres Lebens sie jeden Tag eine Rose bekommen. Er hat das schon im Vorfeld eingezahlt. Wow! Da hat einer was verstanden von Dankbarkeit, stimmt's? Ich dachte, hey, Hammer! Und ich würde mir wünschen, ich würde nur die Hälfte davon schaffen. Also wenn du jetzt anfängst zu überlegen, wann habe ich überhaupt mal eine rote Rose geschickt, ey, nachher haben wir da draußen, haben wir so eine Folterkammer, da kannst du Buße tun, ja? Leute, ehrlich, wann hast du das letzte Mal es geschafft, deine Dankbarkeit so zum Ausdruck zu bringen, dass sie beim anderen auch angekommen ist? Es gibt einen achten Punkt, der ist mindestens genauso wichtig, das ist das sogenannte Liebe-Geld, das gar nicht so lieb sein kann manchmal. Ich wusste genau, dass, um wirklich viel Geld zu verdienen, ich den falschen Job gewählt hatte. Aber wenn du das weißt, dass die Knete nicht so üppig kommt, wie du es möchtest, wie hat mein guter Freund gesagt, wir leben immer über unsere Verhältnisse, aber immer noch nicht standesgemäß, ja? Also wenn du das irgendwann feststellst, dann musst du was tun. Und die erste Sache, die ich richtig verstanden habe, ist, es können dich beide gleichzeitig das Geld ausgeben. das geht nicht. Wenn du Überblick behalten willst, können nicht beide gleichzeitig das Konto plündern, sondern der eine muss dafür zuständig sein, dass was reinkommt und der andere muss dafür zuständig sein, das ordentlich zu verwalten. Hallo? Da tust du dir gar keinen Abbruch, wenn das so ist, weil irgendeiner muss die Übersicht behalten, stimmt's? Das habe ich begriffen und deswegen habe ich das immer meine Frau machen lassen. Und deswegen leben wir noch. Hey, soll ich euch sagen, was passiert, wenn du Pastor bist und du kommst in irgendeine Situation, ist mir so oft gegangen, dann war ich irgendwo in irgendwelchen Ländern, denen es nicht gut geht. Wisst ihr, wie ich nach Hause gekommen bin? In der Regel hatte ich noch nicht mal einen Koffer mehr. Ich habe alles da gelassen, weil mich das so berührt hat. Ich habe oft unser gesamtes Geld mitgenommen und irgendwo hin überwiesen vor lauter Begeisterung, sodass ich meine eigenen Rechnungen nicht zahlen konnte und dann auf die Wunder des Herrn angewiesen war. Das kannst du ja auch mal eine Weile machen, aber irgendwann musste auch Ordnung in den Laden, stimmt's? Und dann war es so beruhigend, dass ich eine Frau hatte, die gesagt hat, hey, lass uns mal darüber reden, wie wir die Sache von A nach B kriegen. Das ist ein Riesenpunkt. Der zweite Punkt, den ich für Finanzen begriffen habe, ist, gib deinen zehnten Teil. Gott, in der Bibel steht das sehr deutlich, dass Gott der Versorger ist, der uns eigentlich unsere Kraft und Gesundheit gibt. Und um unseren Glauben zu testen, hat er in die Bibel ein Gesetz gegeben, hat gesagt, hey, er mich mit deinem Geld, in dem du mir den zehnten Teil gibst. Das hilft dir, zu lernen, von mir abhängig zu sein und nicht den Geier, den sogenannten Gier- und Geldgeier, in dir groß werden zu lassen. Habe ich mein Leben lang praktiziert und ist total gut. ein dritter Bereich, den ich auch wichtig finde, gewöhn dir an, genügsam zu sein. Ich glaube, wir haben deshalb so viel Not bei uns im Land, weil wir irgendwie denken, wir könnten mit drei Paar Schuhen gleichzeitig am Fuß rumrennen. Aber das ist meine Erkenntnis über viele Jahre, du kannst bloß mit ein Paar Schuhe gleichzeitig rumläufen. Stimmt's? Und dann überleg, wie viel du noch brauchst. Und das ist übrigens mit jeder Jacke und Hose genauso. Außer die Jugendlichen, ja, da hängt die eine Hose auf halb acht und die nächste dann oben drüber und dann, aber das ist auch nur eine Weile so. In Wirklichkeit kannst du auch bloß mit einer richtig rumrennen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir wieder lernen müssen. Besonders in unserem Land, dankbar zu sein für das, was wir haben. Und die meisten Leute, die ich höre, ist, ihr Problem, dass ihr Kleiderschrank permanent zu klein ist. Also Leute, unsere Not ist doch nicht, dass wir zu wenig haben, sondern dass wir so viel Zeug haben, dass wir es dauernd irgendwie rausschmeißen müssen. Das ist doch das Problem. Und wir sparen uns eine Menge Elend, wenn wir hier auch mit unseren Finanzen ordentlich umgehen. den neunten Punkt, den möchte ich beschreiben mit, bitte sei nicht so empfindlich. Wenn du mit Menschen zu tun hast, passiert immer was. Man verletzt sich, stimmt's? Menschen sind Menschen, deswegen haben sie charakterliche Mängel und Fehler, ja, um nochmal auf die Sündercharakter zu kommen. Und jeder von uns hat den. Und deswegen gehen wir, wenn wir miteinander umgehen, nicht immer nur pfleglich miteinander um. Und was du lernen musst in der Beziehung ist, um Vergebung bitten zu können. Bewusst zu sagen, es tut mir leid. Hilf mir, dass wir das anpacken können. Und das, was mich so unglaublich traurig macht, ist, dass wir auf dieser Ebene so unglaublich dünnhäutig geworden sind. Wenn irgendwas nicht läuft, schmeißen wir die Beziehung sofort irgendwo in den Müll. Das erlebe ich auch mit Leuten in der christlichen Kirche. Der hat mich aber böse angeguckt, aber der hat ein Wort gesagt, das hat mich jetzt aber verletzt und deswegen reden wir nicht mehr miteinander und haben keinen Kontakt mehr. Und was auch immer da für Dummheiten kommen. Leute, wenn wir irgendwann Beziehung leben wollen, müssen wir Vergebung zur obersten Prämisse machen. Nur so funktioniert Beziehung. Immer und immer und immer wieder. Die Jünger, die waren so clever. Die kommen zu Jesus und sagen, Herr, wie oft muss man denn jetzt vergeben? Und Jesus kommt mit der klassischen Antwort und sagt, siebenmal, siebzigmal, in Klammern, in einer Stunde, Klammer zu. Also auf Deutsch, lernen zu vergeben, weil das ist der einzige Weg, wie es vorankommt. Es gibt einen klassischen Film, 1990 wurde folgende Lebensgeschichte verfilmt. Die heißt übrigens, ich liebe dich zum Tode. Toller Film. Die wahre Begebenheit lautet, in Allentown, Pennsylvania, gab es einen Pizzabäcker 1983, der hieß Tony Toto, der hieß wirklich so. Seine Frau hieß Francis. Tony war ein Italiener, wie er im Buche steht. Er liebte Frauen, nicht nur die eigene. Die gute Francis war aber knochenkatholisch. So, Scheidung kam für sie nicht in Frage. Also setzte sie sich irgendwann mit ihrer Mama zusammen und überlegte, wie kriegen wir das Problem vom Tisch. Und die Mama kam auf die glorreichen Gedanken, Rattengift könnte helfen. So, insgesamt haben sie zusammen acht Mordversuche auf den guten Tony geplant. Und alle, also mit Schädelbasisbruch, Flinten, mit der Flinte in Hinterkopf geschossen, also alles, was geht, haben die probiert. Nach dem achten, nicht geglückten Mordversuch kam die Polizei irgendwann drauf, das muss die Frau sein, der Drahtzieher dieser ganzen Dinge. Man hat sie zu zehn Jahren verknackt. Vom ersten Tag, als die Frau im Gefängnis war, telefonierte ihr Mann die obligatorischen 15 Minuten mit ihr. Jede Woche gab es immer einmal Besuchszeit, so er lud alle vier Kinder ein und fuhr zum Gefängnis jede Woche, um seine Frau zu besuchen. Nach vier Jahren wegen guter Führung hätte sie entlassen werden können, aber dazu hätte es eine Kaution von 50.000 Dollar gebraucht. Er nahm die 50.000 Dollar auf und holte die Frau nach Hause. Die Reporter sind natürlich sofort auf diesen Fall hellhörig geworden und haben ihn besucht. Und jetzt kommt die Antwort, ja, in der Times nachzulesen, Hammer, jetzt kommt der Satz. Wir lieben uns heute viel mehr als jemals zuvor. Und ich selber hatte Vergebung ja auch nötig. Außerdem, ich verstehe Menschen nicht, die sich wegen jeder Kleinigkeit scheiden lassen. was für ein Typ. Leben wir von Vergebung oder nicht? Hat irgendeiner den perfekten Menschen geheiratet, wo du sagst, nix ist mehr mit irgendwie um Vergebung bitten, alles ist super paletti? Das glaubst du nicht und das glaube ich auch nicht. Wir leben von Vergebung und Gnade. Wir leben auch dabei, bin ich jetzt bei dem zehnten Punkt, wir leben auch davon, unsere Aufgaben zu verteilen. Leute, diese Marotte, die wir mal hatten, ja, das ist Männer- oder Frauensache, vergiss es ganz schnell wieder. Also der Staubsauger muss nicht der Staatsfeind Nummer eins bei dir zu Hause werden. Man kann das Ding tatsächlich auch gebrauchen. Und du tust dir nichts Böses. Männer, man kann auch Toiletten putzen, auch das kriegen wir hin, ohne dass wir uns die Fingernägel abbrechen. Es gibt eine Menge Dinge, die du tun kannst. Wichtig ist, sich zusammenzusetzen und zu sagen, lass uns mal reden, wie wir es am besten hinbringen. Weil du bist genauso mitverantwortlich wie dein Ehepartner auch, dass es bei euch zu Hause schön ist. Das ist nicht nur der Job von einem. Und ich finde das immer dramatischer als Pastor, wenn Frauen irgendwann kommen und sagen, weißt du, Pastor, eigentlich hatten mein Mann und ich uns mal drauf geeinigt, dass wir zwei Kinder wollten, aber jetzt habe ich ein drittes großes Kind. Das macht mehr Dreck wie die anderen zwei Kleinen. Das ist schade, weil dann irgendwann geht der Respekt vor dem Ehepartner verloren. Leute, lasst mich das ehrlich auch sagen. Es gibt auch den anderen Fall, wo die Frauen zu Hause mit dem Sauberkeitskram ziemlich auf dem Kriegsfuß stehen. Finde ich mindestens genauso peinlich. Aber was wir brauchen, ist hier eine ordentliche Partnerschaft, die sich abspricht. Wo ich bereit bin, tatsächlich nicht nur die Rechte zu nutzen, sondern auch die Pflichten und die stehen auch da. Und Mann, wenn du merkst, dass deine Frau mit der Sache überfordert ist, dann steht im Petrusbrief ein netter Satz. Da steht, wenn wir merken, dass unsere Frau der schwächere Teil ist, dann sollen wir ihr unterstützend helfen. Das ist ein Job, den können wir uns wirklich auf die Fahne schreiben. Manchmal sind auch die Männer der schwächere Teil. Dann ist es clever, wenn die Frauen wissen, dass sie da anpacken müssen. Deswegen muss nicht gleich jede Frau die Hose anhaben oder diese ganzen Blödheitssprüche. Sondern das, was wir brauchen, ist dieses Miteinander. Der elfte Punkt ist für mich persönlich der heikelste. Wir müssen lernen, miteinander zu beten. Ich glaube, wenn wir irgendwo wirklich schwach sind als Männer, dann sind wir darin, schwach mit unseren Frauen zu beten. Na klar, ich als Pastor bete mit meiner Frau morgens am Frühstückstisch, ist keine Frage. Auch wenn wir abends zu Bett gehen und den Tag Revue passieren lassen, beten wir miteinander. Aber ich sage euch, es kostet mich bis heute Überwindung mit meiner Frau über die wirklich tiefen Dinge meines Herzens zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr da besser seid als ich. Aber ich spüre, wenn ich im Gebet mit Gott rede, dann erzähle ich ihm von meinen Ängsten. Dann erzähle ich ihm von meinen Schwierigkeiten, von den Sünden, von den Bereichen, die ich nicht in Griff kriege, die ich mir wünschen würde, in Griff zu kriegen. Aber das schaffe ich nicht. Ich erzähle Gott von meinen Träumen. Und wisst ihr, was ganz tief ehrlich in meinem Herzen ist, ich möchte nicht, dass das irgendein anderer hört. Und wenn ich ehrlich bin, möchte ich noch nicht mal, dass meine Frau das mitkriegt. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Ihr Männer oder seid ihr da die Helden zu Hause? Ich meine nicht diese 0815-Gebete, Herr, segne die Bundeskanzlerin und so. Ich meine, da können wir alle irgendwas beten. Sondern ich meine, wo ist wirklich diese Herzensverbindung des Gebets? Und dann merke ich, dass ich mich schwer tue. Im Laufe der Jahre wird es besser, aber hey, ich kämpfe da immer noch. Ich weiß nicht, wie weit ihr da seid. Aber ich merke hier, ist eine riesen Herausforderung. Weil ich denke, nichts hält uns mehr zusammen, als wenn wir tatsächlich auch vor Gott eins werden können, um miteinander die Dinge unseres Lebens durchzuplanen. Und ich frage mich dann immer, muss erst die Katastrophe kommen, bis wir das begreifen? Als plötzlich einer unserer Kinder mit Krebsverdacht da war. Hey, was denkst du, wie wir beide zusammen beten konnten? Muss das immer so weit kommen? Oder können wir das nicht in den guten Zeiten lernen? Freunde bleiben ist für mich der zwölfte Punkt. Es gibt so eine unausgesprochene, ewige Grundregel unserer Ehe. Immer, wenn ich von zu Hause weggehe, bekommt meine Frau einen Kuss und immer, wenn ich wiederkomme, kriegt sie auch einen. Zwischendurch auch manchmal, aber diese Regel habe ich für mich eingeführt. Ich erkläre euch auch, warum. Nicht, weil ich glaube, dass das irgendwie heilsnotwendig ist. Das ist auch keine Bedingung, um bei uns in der Gemeinde aufgenommen zu werden. Aber wisst ihr, was der Punkt ist? Meine Kinder sind irgendwann aus dem Haus. Aber die Person, die immer da sein wird, ist meine Frau. ist dein Ehepartner. Und ein wirklich weiser Pastor hat zu mir gesagt, weißt du, Matthias, jeder unterlassene Kuss ist eine heimliche Sünde. Das weiß ich nicht, ob man das theologisch so sehen kann. Aber er war damals der Leiter des BFP, insofern habe ich sein Wort hoch geschätzt. Ganz ehrlich, das ist der Mensch, den du dein Leben lang bei dir haben wirst, bis dass der Tod euch scheidet. Von meinen Kindern weiß ich, die gehen irgendwann außer Haus. Aber dann muss ich gelernt haben, dass sie nicht nur die Mutter meiner Kinder ist, sondern dass wir Freunde sind. Dass wir gemeinsame Herzensinteressen entwickelt haben. Dass wir miteinander tatsächlich montags einkaufen gehen können, ohne dass ich mir komisch vorkomme. Also mittlerweile habe ich das gelernt, glaube ich. Du musst lernen, die Dinge miteinander machen zu wollen. Du musst lernen, eine Freundschaft wirklich aufzubauen. Dir zu überlegen, wo sind die gemeinsamen Zeiten, wo sind die gemeinsamen Bereiche, die wir miteinander erobern wollen. Dass deine Frau nicht nur deine Frau ist oder dein Mann nicht nur dein Mann, sondern dein bester Freund wird. Und daran lerne ich. Und je älter wir werden, desto mehr lernen wir das. Ich will den letzten Punkt ansprechen. Der 13. Punkt, auf den hast du gewartet, stimmt's? Ja, du hast recht. Zu einer guten Ehe gehört auch eine gute Sexualität. Unbedingt. Das ist der Grund, warum eine Menge ist. Das ist total schief gegangen. Dieser Bereich, der eigentlich eine lebensschaffende, von Gott geschenkte Gabe war, wird einfach unter ferner Liefen gehandelt. ist das, was ist schief gegangen. Was ist schief gegangen? Wir brauchen unsere Kraft für die Karriere, wir brauchen die Kraft für über, für alles mögliche. Aber dieses Geschenk des tiefsten Eins Werdens miteinander, das kriegen wir nicht geregelt. Und ich dachte, wie schade. Weil Gott hat das im Ursprung zur Freude des Menschen erfunden. Ich glaube, dass wenn Sexualität erfüllt sein soll, auch wenn man älter geworden ist, dann liegt das darin, dass man an seiner Beziehung intensiv arbeiten muss. Weil wenn diese seelische Eins-Seins- Geschichte nicht funktioniert, klappt irgendwann die körperliche Seite eben auch nicht mehr. Deswegen, wenn ich ältere Menschen sehe, also älter als mich selber meine ich, und ich schaue so Ehepaare an, und ich kann sehen, wie diese älteren Leute ganz zärtlich miteinander umgehen, dann denke ich, wow, da hat jemand wirklich an seiner Ehe gearbeitet. Stark. Was für ein Vorbild. Wenn wir tatsächlich miteinander alt und reif werden konnten. Wow, was für ein Geschenk, wenn wir es geschafft haben, aneinander und miteinander zu arbeiten, um diese Einheit in Liebe festzuhalten. Was für ein unglaubliches Geschenk. Und ich möchte damit schließen, dass ich mit euch und für euch beten möchte. Und ich zu dir sagen will, wenn du merkst, dass du bei diesen Punkten, die wir heute Morgen gehört haben, wenn es da Punkte gibt, die bei dir total fehlen, bitte komm nicht unter Verdammnis, sondern sag Gott, ich merke, hier brauche ich deine Hilfe. Dann ist es gut, wenn du nachher eine CD mit nach Hause nimmst und sie mit deiner Frau nochmal anhörst oder mit deinem Mann und sagst, du Schatz, hör, ist das ein Punkt, an dem wir arbeiten müssten? Wäre das ein Punkt, wo wir Gottes Hilfe brauchen? Vielleicht wäre es auch eine echte Hilfe, mal den Pastor zu besuchen und mit ihm darüber zu reden oder mit wem auch immer, mit dem du in seelsorgerlicher Beziehung stehst. Und Gott zu bitten, Dinge anzupacken und neu zu machen. Und Gott will, dass du eine glückliche und gute Ehe lebst. Das ist sein Hauptziel. Deswegen hat er das erfunden. Wenn ihr mögt, lasst uns aufstehen und miteinander beten. Gott Vater, du bist der Geber des Lebens und du bist der Geber aller guten Gaben. Und als du dir Ehe ausgedacht hast, da war es eine gute Gabe. Und dann sollte es Leben freisetzen und Lebensfreude. Und es macht mich so unglaublich ruhig innerlich, zu wissen, dass du, der es gegeben hast, auch weiß, wie man es wieder heil bringt. Dass du im Recycling-Geschäft schon so viele Jahre bist. Und Bereiche, die wir schon längst auf dem Müll sortiert haben, die bringst du wieder zu einer wunderbaren Form. Das stellst du wieder her. Du bist dieser Gott der Auferstehung, der sogar das Tote lebendig machen kann. Und das ist mein Gebet heute für Lebensbereiche, in denen Einzelne stehen, in ihren Beziehungen, in ihren Ehen. Wo sie kämpfen und leiden. Dass sie ganz neu heute Morgen Hoffnung und Mut entwickeln, zu sagen, Gott, dich will ich damit hineinnehmen. Ich will an diesem Prozess nicht immer nur stehen bleiben. Ich will nicht nur tiefe, religiöse Erkenntnisse entwickeln, sondern ich will ganz bewusst diesen Schritt auf dich zugehen und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Und ich bete für Menschen, dass sie mit sich selber Mut entwickeln, so mit dir vorwärts zu gehen und zu entdecken und tatsächlich erlösen, zu empfinden, was es bedeutet, wenn du reinkommst und wenn tatsächlich mit deiner Vergebung und Liebe Neuanfänge möglich sind. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und das bete ich, dass dieser Geist des Glaubens und der Hoffnung mit uns geht. Dass deine Gnade, deine Vergebung uns immer größer wird. Dass dieses Bild in unserem Herzen bleibt. Wir haben schon diese weißen Kleider. Wir haben schon deine Gnade und Vergebung zugesprochen bekommen und wir dürfen lernen, darin zu leben. Danke dafür. Ich bete, dass dieser Friede Gottes, der viel höher ist als alle menschliche Vernunft, unsere Herzen und Sinne in dir bewahrt. Und wir merken, Herr, hier hast du was Gutes, Neues begonnen und es ist wie dieser Frühling. Es wird eine großartige Zeit vor uns stehen. Wir merken, diese grünen Spitzen werden sich entwickeln. Es kommt eine neue Zeit. Danke dafür, dass mit dir es wirklich nicht nur Frühling, Sommer und Sommer wird und du mit uns in eine wirklich starke Zukunft startest. Dir darüber die Ehre. Amen. 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 Amen.